Na komm, kannst du killen Komm, kannst du Schön Wir müssen den Karren, wir pushen durch Oh ne, wir holen uns den Tauern, dann Drake Oh, wir können die baiten Hast du sie? Sehr schön Hast du das gesehen, wie viel wir hier sind? Kill sie Kill sie alle Danke Die auch noch Oh, sehr schön Oh, schade Aber sehr schön Schön gemacht Aber ich war ein bisschen zu fahrig am Ende Höch Höch Sehr schön Willkommen in Masa Yi. Okay rein da Hör auf mit der Scheiße, hör auf mit der Scheiße Ich hab Ghost und Aegis kill, ne? Jawoll, meins! Ich bleib auf der Mod-Wend-Rex, ich auch Ich auch, ich auch Ihr tiltet mich Der Bauchroffler hat nicht erlegt Das zählt, ist die Mission Good job, Lars Ich hab grad ja nicht mal Ey die Rex, da geht man nicht auf den Keks Die macht halt nichts anderes Oh, tasty Okay, ich hab sie Oh God Dafür muss ich aber erst mit dahin kommen Dumme Idee, dumme Idee, dumme Idee Voll geil, Alter Der Bauchrammler hat das so schlimm Ich hab's irgendwie ein bisschen schlimm Ich kann mich halt die ganze Zeit rammeln, Alter Äh, äh, findest du das nicht schön? Aber nur wenn du das machst Ähh, ähh, ähh Oh Lars, Lars Oh Lars, ew Alter Lars macht hier die plays, Alter Schichtbar. Der Damage macht's wirklich. Na komm, aber ich mach mehr Sch... Ja, schön, ne? Oh, du hast das mal zu ner Rettet. Alter, die Rex, der geht mir aber gut auf'n Sack, Alter. Du mir aber auch. Du hast'n Sack? Der war schon fast... Gar nicht mehr so scheiße. Der war schon ziemlich... Der war fast gar nicht mal so scheiße, das ist so... Ja, okay. Du brauchst jetzt ne Prise Salz, und zwar so'n Milligramm. Milligramm. Zum Milligramm Salz, ja. Aber das produziert Party ja in Tonnen, ne? Drake? Ja. Oder kannst du allein? Ja, kann ich, glaub' ich. Du willst'n nicht kommen, jetzt der E-Drift, oder? Ich hab' den Swap-System wieder geblieben. Okay, okay, ich hatte Ult, ich hatte Ult, ich hatte Ult. Na komm, hier frisst das Fettsack. Alter! Und der überlebt das auch noch? Lego! Ja, nice, GG, Leute. Okay, dann, äh, achso, hast du schon an. Okay, ich bin da. Alter, die Siebel ist ja gefeedet, ich meine, das geht. Boah, ist halt die Schnauze. Als ob Siebel gefeedet ist, die haben den so kaputt gehauen auf der Wand. Was ist denn falsch bei dem jungen Neal? Das ist typisch Party. Wenn das suckt, dann ist der Gegner gefeedet. Haha, Party ist doch gar nicht mehr gestorben, ey. Also, wenn die auf'n, wenn sie auf'n'n Garen mit einem Kugel fast die Hefte Damage macht. Alter, du hast halt keine Ahnung. Du musst Crits spielen. So, hol, der liebt mich. Lars? Ja? Okay. Alter, geht mir die Rexe auf'm Arsch. Kann ich irgendwie auf den Klo teleporten? Du konntest gerne aufs Klo teleporten und da bleiben. Lars, ich komme. Ich komme, Alter. Da kommt noch einer rein. Okay, das ist die C hier. Sehr schön Lars. Richtig schön ge... Ne... Nein! Beste Ult ever. Wär das nicht öff, hätte ich dich jetzt richtig zu geflammt. Geflammt. Bye. Oh, Rico. Perfekt. Das ist... Perfekt. Oh, geil. Perfekt. Das ist der perfekte Flashplay. Schön mit der Ult in der Gefahr. Achso, Rainer. Kennt den Spannor Kerngedanken. Lass dich mal weg. Oh, das ist... Okay, ich kann Schrappfloppen. Ja, die haben dich jetzt schon gesehen. Als wenn sie dich hören würden, Alter. Ja, die hören uns. Die hören uns. Die hören den TS. Das ist die NSA. Ich spiele gegen NSA, Kiki. Er ist schon verloren. Ey, die sind doch an unserer Börse schon, ne? Oh. Ja, dann... Äh... Ja. GG-Läuse. Was ist das denn hier? Ich bin Wrapped hier, muss ich sagen, ne? Hast du genau an mich? Alter, ich würde mal mit Bukong hier in der RF spielen, ey. Ich pushen? Ja, die Triharden richtig hart rein, ey. Ja, dann lass mal jetzt einfach zu dritt mit pushen. Zwei bleiben immer weg, damit sie die... Ja, ich mach das. Ich krieg jeden von den 101, das ist... Ja, du kriegst auch 102, Alter. Ja. Machst du jeden easy. Ja, mach ich's mal. Einer muss immer zurückbleiben anscheinend. Am besten Lars, weil er die so oder so... Ja, okay, okay. Und er eh schon zurückbleiben ist, ey, ey. Muss ich auch schauen, das ist mein Ruf im Internet, der fingroniert. Patti! Mach ich! Ah, scheiße. Ja, okay. Bleiben wir mal ein Lars, Mann. Oh. Er ist bald wieder alt. Ey, du musst da einfach... Alter, was ist denn der Fall? Ich spalte, ey. Guck dir das ab. Hey, du bist ein Kattler. Wenn dir das Gefühl, ne? Ich verklack dich dafür. Alter, ich... Ey, Patti, verklack dich. Alter, geh auf ihn, geh auf ihn, geh auf ihn. Da macht 100 Menschen. Ja, geil. Leg ihn doch weg! Leg ihn doch weg! Was habt ihr denn, Alter? Es ist hier ein schönes Gefühl. Zu Hause zu kommen und zu essen. Da ist jemand, der auf dich wartet. Ist auf einer frischen Kaffee, großgebackenen Späck und irgendwo in der Ferne, singt der Wolf sein einsames Lied. Oh, and the saints go back! Hier ist keiner. Darum sind sie. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Kommt ge... Ah, geil, Alter. Easy. Noch nie so ne Besch... Kann den Baron nicht flippen. Warte. Die Wunden kannst du irgendwo wohnen? Da? Da, Fabi. Siehst du, wie ich dir ins Gesicht wacke? Oh, ja. Oh, ja. Oh, das ganze... Schmeckt das. Alter, Lars, das musst du zensieren, ne? Sonst geht es echt zu weit. Was soll er hinmachen statt... Ich? Gummibärchen. Geh ins Gesicht. Oder was? Jo, Leute, was geht? Ich bin ja neu hier im Haus, Alter. Wir sind steil. Hui. Komm her, Junge. Wann los mit dir? Wann los, Junge? Wann los? Wann willst du? Alter, ich hab grad Adi gekauft. Okay, das ist jetzt witzig. Gigi. Gekeckt. Fabian. Nein, nein, das ist schon direkt.